Machen Sie das gerne? Was? Kinderschänder verteidigen? Ich verteidige nicht die Tat. Man kann nicht verteidigen, dass ein Kind missbraucht wird. Ich verteidige die Menschen. In meiner Welt stürzen Menschen in den Abgrund, wenn sie Fehler machen. Warum steht das so nicht in den Akten? Wir haben nie etwas gefunden. Nichts. Entweder man glaubt den Kindern oder man tut es nicht. Das sind die Menschen, über die sie da urteilen. Das ist alles kein Spiel. Ferdinand von Schirach. Glauben. Inspiriert von einer wahren Geschichte. Nur auf RTL Plus. Jetzt streamen. Für 4,99 Euro im Monat. Das ist ein Film. Nachdem du sie in der Arbeit hinfassen können. Nachdem du sie in die Stirn umbauen kannst. Nummer zwei zwei. Nachdem wir das in die Stirren ein sûres. Wir sind nicht in die Stirren. Nachdem das in die Stirren kämpfen. Nachdem sie in die Stirren ist. Nachdem sie in den Kirchen.